Queen, we will rock you! Wahnsinn! Das war meine musikalische Erweckung. Dabei war es circa 12 oder 13. Und wie sich das zugetragen hat, das erzähle ich euch am 19. Dezember im Wiener Affirm. Da spielen wir nämlich mit dem wahrscheinlich besten Queen Tribute, das man derzeit hören kann. Nämlich mit Queen Theatre. Eine Formation, die die Songs von Queen wirklich perfekt auf die Bühne bringt. Auf diesen Abend freue ich mich ganz besonders. Rock in Peace in the Mall of the Superstars, gemeinsam mit Queen Theatre im Wiener Orpheum. Karten gibt es noch unter www.orpheum.at Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Auf einen schönen Abend. Baba!